Die Beschreibung für Ritzer 5. Dieser Rang wird an diejenigen Ritzer 5 vergeben, die nach 30 Wochen Training und Erfahrung in GRM für eine Beförderung in Frage kommen. Die Anforderungen hier drauf sind, gefolgreiche Erfüllung des Liederrangs. 30 Wochen in GRM, Aufrechterhaltung eines Bataillons mit 800 Mitgliedern und Start eines 2. Bataillons, von einem Meister zur Beförderung ernannt. Die Aufgaben von einem Jedi Master ist abhängig von der Zuordnung, aber einige Beispiele sind Aufsicht über eine Abteilung Tempelsicherheit, Aufsicht über Foren oder Tempelabteilungen, Aufsicht über mehrere Bataillone, Wettbewerbsteams und Sponsoringaufsicht und viele andere. Helfen Sie bei der Ausbildung von Jedi Rittern zum Jedi Meister und fungieren Sie als Botschafter für neue Organisationen, mit denen wir uns noch nicht getroffen haben.